Hallo, mein Name ist Ursula, ich bin aus dem schönen Kanton Nidwalde, ich bin Sozialpädagogin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen in einer Schule im Kanton Luzern. Ich bin mit Liebe und Seele, jogge ich gerne, mache gerne Sport, verreise gerne, man trifft mich auf Drödel, Messen, Drödeläden, ich liebe alte Sachen, schöne Sachen und natürlich massiere ich noch gerne, habe gerne Klangschalen und bilde mich immer weiter fort und das macht mir riesen Freude.